In der belebten Natur ist eine Schildkröte strukturiert, ein Lotusblatt strukturiert, ein Schmetterling strukturiert und das ist keine Laune der Natur, sondern das ist ein Ergebnis von Evolution, um die Funktionalität dieser Oberfläche zu verbessern. Das war unser Ausgangspunkt. Wie können wir Oberflächen in Mikrodimensionen strukturieren, sodass sie ihre Eigenschaften verbessern? Verglichen mit ihren Vorbildern in der Natur steckt die moderne Technik noch in den Kinderschuhen. Aber der Mensch mit seinem Erfindergeist holt rasant auf. Am Steinbeiß-Forschungszentrum Material Engineering Center Saarland forscht man seit Jahren an Oberflächenstrukturen im Nano- und Mikrobereich. Mittels Interferenzlasertechnik können mikroskopisch feine Oberflächenstrukturen hergestellt werden. Die BILIB-Technik, wie wir sie nennen, funktioniert so, dass wir direkt mit einem Laserschuss die Oberflächen mikroskopisch periodisch strukturieren und der Hintergrund des Effektes ist, dass nicht der Laserstrahl direkt auf die Oberfläche geht, sondern der Laserstrahl wird auseinandergenommen in mehrere Teilstrahlen, die zueinander kohärent sind, also sie schwingen in Phase und wird unmittelbar auf der Oberfläche wieder zusammengebracht und dadurch entstehen Interferenzmuster, die wir in die Oberfläche einprägen. Der Projektpartner TE Connectivity ist ein Weltmarktführer im Bereich von Steckverbindungen. Ein heutiges Fahrzeug hat circa 2500 Steckkontakte mit steigender Tendenz durch Elektrifizierung und autonomes Fahren. Mit der neuen Technologie können wir die Steckkraft um 30 Prozent reduzieren. Das heißt, ich kann mehr oder weniger bei der gleichen Steckkraft 30 Prozent mehr Kontakte in ein Steckverbindergehäuse unterbringen oder ich kann hochpöligere Steckverbinder in Summe mit weniger Subkomponenten dann ausgestalten. Im zweiten Schritt der fünfjährigen Zusammenarbeit galt es, eine Pilotanlage für die D-Lab-Serienfertigung zu entwickeln. Mit dieser Reel-to-Reel-Anlage in Speyer ist es nun möglich, sehr viele Steckverbinderkontakte in sehr kurzer Zeit präzise zu strukturieren. Die von den Transferpartnern zum Patent angemeldete Technik ist, die Oberfläche des Steckkontaktes mit einem einzigen Laserschuss zu strukturieren. Dadurch werden Strukturen von ein bis zwei Mikrometer erreicht. Um die Steckkraft zu verringern, entwickelte das Team aus Steinbeiß und TI-Experten einen Ölfilm, der bei Laserschuss eingeschlossen und beim ersten Kontakt wieder freigesetzt wird. Mit diesem neuen Verfahren haben wir letztendlich das Öl wie in einer Zeitkapsel gefangen. Es wird dann nur letztendlich an die Oberfläche gebracht, wenn es zum eigentlichen Steckvergang kommt. Sonst ist es einfach weg, hat keinen irgendeinen Bezug zur Atmosphäre und kann auch dann chemisch nicht reagieren. Überall dort, wo sich Teile bewegen, wo wir Reibung und Verschleiß haben, überall dort können strukturierte Oberflächen einen wesentlichen Fortschritt bringen, weil Reibung reduziert wird, weil Verschleiß extrem reduziert wird, die Zuverlässigkeit solcher Maschinensysteme über einen längeren Zeitraum mechanisch gesichert werden kann, bis hin zu antimikrobiellen Oberflächen, wo wir dafür sorgen, dass multiresistente Keime entweder gar nicht sich auf Oberflächen ablagern oder Biofilme sich nicht bilden können. Von der Natur abzuschauen ist nicht neu. Doch technisch nicht nur bis ins sichtbare Detail, sondern bis in den Nanobereich natürlicher Oberflächenstrukturen vorzudringen, das ist schon preisverdächtig. Nachbar, wie ist die Oberfläche? Als er nicht ausgezunci, ist es jener, die Oberflächenstrukturen vorzudringen.